So, heute fahren wir einen Nissan ENV 200. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Super! Mal schauen, ob das ein riesiges Auto ist. Es ist gemütlich, wenn das Fahrt. Jetzt können wir hier mal die Musik ausschalten. Damit es hier mal schön ruhig ist. So, jetzt können wir hier mal die Musik einschalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Darauf haben wir ab dem Glaskat ein bisschen. Sehr schön in der Fahrt. Giesemann. Das war zu früh. Die Kirche Karlsruhe ist der Fahrt. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!